Was soll ich jetzt machen? Ich kenne die Vorlage nicht. Kriege ich irgendwo hier die Vorlage her? Baby? Ja hier, erhängt das Baby. Jetzt habe ich ein Problem. Ich kenne die Vorlage nicht und ja. Handbuch. Das haben wir auch schon. Können Sie sich die Bilder auch angucken? Gut, das hatten wir auch schon alles. Das hatten wir alles. Das hatten wir auch alles. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Ach, da ist noch was. Was soll ich machen? Zum Glück hatten wir dieses Lösungsding. Das wäre ich nie drauf gekommen. Ach, ach guck mal, da kannst du plötzlich dann was machen. Okay, wir haben Erde bekommen. Da bin ich doch froh, dass es da ein Lösungsbuch gibt. So, hier ist ein Wurm. Was machen wir mit einer Rasierklinge? Was machen wir mit einer Rasierklinge? Was machen wir mit einer Rasierklinge? Ja, aber ich kann ja immer noch nicht. Was machen wir mit einer Rasierklinge? Okay. 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 Da kriege ich die Zeichnung einer Frau drauf. Da kriege ich die Zeichnung einer Frau, ja. Zeichnung, such das Spritz. Aha. Aha. Falsche Richtung. Boah, das ist jetzt echt schon so wieder Wie wird das? So Das passt, du musst so Und wir kriegen dafür einen Fächer Wo mussten wir nochmal fächern? Ach ja, äh Sägehaufen da, ne? Das ist so bescheuert Und da haben wir den Keil Können wir, ach, gucken wir mal Sogar hier eigentlich das Ding jetzt, äh Okay, was ist denn weiter? Hier, Jungfrau Keil Holzhammer Geht natürlich auch Und da haben wir die Apune Ich meinst, das Ding ist mir Ein bisschen schneller Apune Seil Feuer Zu Grey's Turm Der hat sogar einen hängenden Turm in seinem Schloss Das ist geil Und ist anscheinend Napoleon gewesen Okay, was haben wir Hier, warum haben wir jetzt diesen Stuhl bewegt? Okay, gut Interessant Äh Dynamit Okay Wir klicken einfach mal drauf Ein bisschen wieder Wir wollen Alles hier gelöst haben Komm, aufgrund sowas Wie zum Beispiel Das braucht man dann gar nicht Ist schon ganz tricky von denen gemacht So Wenigstens, wenn du so wild klickst Und einfach nicht direkt drauf kommst Was man nehmen soll und was nicht Vermute ich mal So, okay Wenn wir aber jetzt mal Wir gehen mal ernsthaft dran Eine Mausefalle brauchen wir Farbe Kreuzschlüssel Das ist doch die Mausefalle Da habe ich da schon drauf geklickt Ein Saxophon brauchen wir auch noch Okay Dann das Saxophon Die Schleife Das ist doch ein Schleife Da habe ich auch schon drauf geklickt Ein Kreuzschlüssel brauchen wir noch Haben wir den wohl versteckt Der da? Nö Äh Ein Kreuzschlüssel Vor allem, wo wir sehen wir dran Wo das ein Kreuzschlüssel ist Ne, 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 ne Ne, 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 ne Ich sehe ihn nicht Ich sehe ihn nicht Ups Ach, das meine ich mit Das ist für mich ein Medaillon Oh Was ist das? Na, das ist ja noch eine Aussparung Ich weiß Was haben wir hier? Einen Koffer Handschuhe Da hier war der Wolf auch anscheinend schon Warum haben wir das Ding? Äh, die Glühbirne fehlt Ich habe keine Glühbirne dabei momentan Ja, ich würde gerne wieder zurück Achso, so komme ich zurück Okay Äh, wir gehen erst mal Hier war doch was noch gewesen Da Was tut er rein? Aha Ist das die Glühbirne? Die Glühbirne Dann Gehen wir mal in den Greysturm Zack Möchtest du das jetzt verstehen? Der Lehrerbecher So, da kommen wir noch nicht hin So, hier Handschuhe Einen Glasschneider Gehen wir mal in die Werkstatt Nein, die Werkstatt war das nicht Das hier war die Werkstatt So, müssen wir wahrscheinlich das Ding zurechtschneiden Also, wir brauchen erstmal natürlich noch eine Vorlage Natürlich brauchen wir das Mann, wie viel Stuff wir jetzt haben Die Frage ist jetzt nur Was können wir jetzt wo noch machen? So, hier ist der Wasserfall Könnt ich da vielleicht Wasser nehmen? Oh Ist es aber wirklich Ich weiß ja nicht Ob die Leute einfach dieses Übersetzt haben Einfach übersetzt haben Wenn wir die Fehler gemacht haben Oder Ob die Entwickler nicht wissen Was eine Flasche ist Also Das ist für mich Ein Becher Ganz klar Ein Becher Und keine Flasche Ah, was haben wir denn hier So Schade Können wir denn hier irgendwas machen noch? Feuersymbol Vielleicht müssen wir echt irgendwie was aktivieren mit Ja gut Ja gut, egal So Hier können wir weiter Können wir noch nicht hin So Ah, jetzt müssen wir hier den Spiegel einsetzen Damit wir da Können wir jetzt mit Erde Wir sind Fragen Vorlage machen Hier haben wir noch nichts mehr, oder? Ne So, hier haben wir noch irgendwie was Achso Genau Hier haben wir noch die Aussparung hier In der Hand machen wir mit Erde Schade Nein, ich will das Ding nicht nehmen Denke Äh Hier kann man nichts machen Nein Was haben wir hier noch? Achja, hier müssen wir dann auch immer das Ding sprengen Wenn wir ja kein TNT bekommen So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch den Spiegel Der wäre nicht ohne Vorlage machen können, aber Wie soll man eine Vorlage nehmen? Gehe zur Wiege im Hof und nimm dort das Der war ich doch gerade Ich weiß schon so oft, wo war der Hof da Wo ist denn hier Papier? Wo ist hier Papier? Ich komm, ich mach's dir in kurz Wo ist hier Papier? Komplettlösung Wo ist da Papier? So Das ist da So Das haben wir gemacht Das haben wir gemacht Das haben wir gemacht Das haben wir auch Gemacht So Dann wären wir da Haben wir das Ja Haben wir das Papier nicht Wo sagt man das Spiel? Nehmen wir Papier Ich hab das nicht gesehen Okay, gut Ist ja gut So Dann nehmen wir jetzt hier Papier Mit dem Schneider Wir machen jetzt Ah, mit dem Siegding Wahrscheinlich Kompliziert Kompliziert So Dann gehen wir in die Werkstatt Gehen da hin Zack Und Zack Klingt sehr unheilvoll Aber egal So Dann gehen wir hier hin Jetzt in den Spiegel ein Jetzt dürfen wir in die Wolfshülle gehen Nice Und auch diese Wölfe sind Messis Das ist ein Wolf Okay Natürlich auch mein Wimmelbild Oh Oh Wir sind erst im zweiten Kapitel Hilfe Einfach mal ein bisschen klicken Vielleicht findet man das Nötigste ja schon So von selber So Und Jetzt brauchen wir noch Ein Telefon Ein Rohrschneider Ist das ein Rohrschneider? Ja Ein Haken Das ist ein Haken Ein Telefon Das ist nicht ein Handy Das ist kein Handy Ist das ein Telefon? Nein Was ist denn hier ein Telefon? Machen wir noch Sieben plus acht Sind 15 Ah 15 Einen Mond Ist das ein Mond? Das ist wahrscheinlich eine Sonne Okay Das ist ein Telefon Da brauchen wir noch nicht Ein Ziegel Da Aber wo ist der Mond? Wo ist der Mond? Und Der Disney Das ist kein Mond Äh So Da war der Mond Okay Was haben wir da bekommen? Ein Emblem Okay Jemand hat hier Hier viele Nächte verbracht Und sich am Feuer gewärmt Mit dem Autoschlüssel Was? Was? Der Ey Guck mal Ist doch ein Autoschlüssel Das ist doch kein Feuerstein Das sieht aus wie ein USB-Stick So Wolltest du nicht? Da brauch ich wahrscheinlich die Schere für Ich habe noch ein Bild von den beiden Ich wusste Ich wusste nicht Dass Wölfe besonders an Fotos hängen Ja Was steht da? Miss you Vermisse dich Na gut Wir haben jetzt einen Schleifstein Ich werde eigentlich hier draufgehen So Hä? Ah ne das ist ein Feuerstein Ups Kein Schleifstein Äh Wir haben hier immer noch was Ja genau das da Äh Kann man irgendwas mit dem Bild machen? Bis zum nächsten Mal.